So, einen wunderschönen guten Morgen am Freitag der letzten Handelswoche hier oder der aktuellen Handelswoche sagen wir es so. Ich freue mich, ein schönes Wochenende steht vor uns. Wir haben eine, für mich zumindest, tolle Handelswoche hinter uns. Der Freitagmorgen vorlockt auch mit interessanten Themen hier. Wir sprechen heute natürlich über die Handelsideen für den aktuellen Tag. Wer den Blog noch nicht gelesen hat, ich habe heute die Währungspache Australdollar, nein, doch Australdollar, US-Dollar, Euro-Australdollar und den Index Fuzzi 100, also den britischen Aktienindex, auf der Uhr hier mit Ihnen zusammen zu besprechen. Da sind interessante Handelsideen. Lüttger, Olaf, Rolf, guten Morgen. Ich freue mich heute auch wieder einige Live-Zuschauerinnen und Zuschauer dabei zu haben. Hans Hahn auch meinerseits, guten Morgen. Wenn Fragen sind, bitte nicht scheu sein. Einfach hier in die entsprechenden Felder der Chats im GoToWebinar und im Facebook. Einfach die interessanten Dinge hineinschreiben. Und dann können wir gerne auch den ein oder anderen Chart miteinander hier besprechen. Worum geht es heute? Ich hatte es avisiert, nach dem Risikohinweis sagen wir es gleich. Der Risikohinweis ist hier bitte auch wieder zur Kenntnis zu geben. Sie wissen, dass der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Das also bitte hier zu beachten. Worum geht es im heutigen Webinar? Ich hatte es schon gesagt, Handelsideen, ganz klar, die kommen jeden Freitag auch. Dazu gibt es den Wochenausblick der Nachrichten für die kommende Woche. Wir schauen mal in die großen Indizes rein, was sich da in den letzten Tagen getan hat. Und natürlich schauen wir mal auf, oder im Thema Know-how, auf das Thema Fehlausbrüche und Miss-Trades verhindern. Elena, guten Morgen. Arnold, good morning from my side. So, heute auch wieder ein paar englischsprachige Zuschauer mit dabei. Wir schauen, dass das Ganze heute auch wieder gut wird. Starten wir mit den Tagesnachrichten. Wir sehen hier an dieser Stelle, ja, nicht wirklich was Herz-Zerreißendes, wo wir wirklich stark drauf achten müssen. Hier die Tagesnachrichten heute nur mit der Relevanz 2. Das heißt, heute ist nichts extrem Wichtiges. Da sieht die nächste Woche etwas anders aus. Was gibt es heute um 8 Uhr? Das Thema Handelsbilanz in Deutschland. Gut, das ist jetzt etwas, das hat meistens zumindest keine gigantischen Auswirkungen auf die Märkte. Vom Rohstoffbereich gibt es aus den USA heute Abend was. Das ist jetzt der Waste-Bericht. Das sind die Agrarrohstoffe. Die müssen uns hier an dieser Stelle auch nicht wirklich interessieren. Und wo es interessante Nachrichten geben könnte, wäre eventuell, was dann für Bewegung bei den Rohstoffen sorgen kann. Hier heute Abend die CFTC-Reports, also die COT-Reports. Das gibt es heute Abend. Handelsstreit in, nee, wie heißt es nicht? Handelsstreit. Ach, jetzt fehlt mir das Wort. Die Handels, die Aussetzung der Shutdown in den USA so rum. Jetzt haben wir es. Manchmal hier oben ist der Knoten im Kopf. Der Shutdown ist der erste Mal beendet in den USA. Deswegen bekommen wir auch wieder reguläre Wirtschaftsdaten hier rübergegeben. Und deswegen heute auch wieder ganz normal den COT-Report an dieser Stelle. Ich sehe gerade, ob ich ein Auge auf den britischen Pfund US-Dollar werfen kann. Aber sicher, mache ich auch gern mit beiden. Da schauen wir nachher im Laufe des Webinars auch noch mit drauf. Erstmal hier in die Handelsplattform rein. Und zwar haben wir hier, ja gut, ich habe es gerade offen auf dem Tor. Fangen wir doch mit dem Fuzzi 100 an, dem Index aus Großbritannien. Sehr, sehr, sehr interessant, was hier gestern passiert ist. Ich saß gestern Nachmittag am Desk und habe mir gedacht, ui, nice to see. Es ist etwas Feines passiert. Und zwar hatten wir hier oben in diesem Widerstandsbereich im Korrekturhoch, um die Marke von 7.180 Punkten hier einen Markt, der hier oben angefangen hat, ein Umkehrmuster auszubilden. Das ist dann gestern schon getriggert worden. Position läuft im Portfolio mittlerweile auch, weil die Triggerung da war. Und da bin ich gleich in die Position auch mit reingegangen. Können wir auch da mal ansprechen, wie ich es hier gemacht habe, wenn man sowas schon mal live mit auf der Uhr hat. Aber auch wenn ich das jetzt im kurzfristigen Bereich angestoßen habe, nichtsdestotrotz aufgrund der Verortung und der guten weiten Strecke, die hier möglicherweise auf dem Weg nach unten vor uns liegen könnte, macht das Ganze natürlich auch Sinn, aus jetziger Sicht das zu beobachten. Warum? Gestern hatten wir hier... Oh, okay. GoToWebinar hat gemerkt, dass wir jetzt angefangen haben. Gut, ich hoffe nicht, dass ich zu spät auf den Knopf gedrückt habe. Zurück zum UK100. Also wir hatten hier gestern sozusagen das Umkehrmuster da. Hier diese Kerze. Ich mache mal ganz kurz einen Pfeil oben drüber, damit die auch markiert bleibt. Diese Kerze hier. Da ist es untergeordnet ausgelöst worden. Das Setup, das Short-Setup für das kurzfristige Trading. Und hier kann man natürlich noch mitlaufen, aus dem einfachen Grund. Wir können hier sehr, sehr schön noch Performance nach unten mitmachen. Wir haben hier unten einen interessanten Punkt, das Tagestief auch liegen. Dann haben wir hier einen Bereich, die 7000-Punkte-Marke. Da ist dieser große Schub nach oben, der hier unten gestartet ist, über ein gewisses Widerstandslevel einfach so drüber gelaufen und dann bis in dieses nächsthöhere Widerstandslevel oben ran gelaufen. Sehr, sehr interessant, sehr, sehr spannend. Könnte gut und gerne hier die Stelle sein, wo der Markt das Ganze anläuft und im Sinne dieses übergeordneten Schubs dann auch wieder nach oben dreht. Thema höheres Tief an dieser Stelle. Das spielt natürlich immer eine Rolle, weil das ist schon eine Aussage gewesen. Erst einmal hier rüber zu gehen und diesen Abwärtstrend zu brechen. Danach gut, der Bruch nach unten war da. Damit hat man gemerkt, okay, so einfach ist das an den Märkten nicht. Wir wissen ja, wir haben wirtschaftlicherseits in Großbritannien auch gerade eine Phase, die nicht ganz so einfach zu sein scheint für das Land. Thema Brexit, sage ich nur. Mal schauen, wie sich das Ganze auflöst. Hier danach wieder diesen starken Schub nach oben. Aber wenn wir jetzt die Short-Richtung stärker betreiben, dann haben wir halt auch das Potenzial, dass wir noch tiefer laufen. Deswegen interessanterweise hier der Blick auf diese Situation. Von der Verortung her, wenn wir uns das Ganze mal in der Woche anschauen, hier der Wochenchart mal eingezeichnet. Das ist der Trend der Woche, der hier momentan nach unten läuft. Und da war das hier oben halt ein sehr, sehr wichtiger Punkt, den wir hier gestern schon hatten. Da kam der Abprall nach unten und zwar mit Schmackes. Und wenn wir hier wieder rumdrehen, das ganze Teil sich bestätigt, dann haben wir das Potenzial, hier unten reinzulaufen. Und zwar nicht nur irgendwo hier hin, sondern wir können sagen, gut, wir haben das Potenzial. Ich mache es mal ganz kurz hier auf der Woche. Wir hatten hier die erste Aufwärtsbewegung. Die Linie muss ich mal anders machen. Die muss im Kontext bleiben, dass wir sie sehen. Ich mache sie mal in blau. So, das heißt hier, erster Schub, rein aus Trendsicht, Gegenbewegung und dann, zack, Trendbildung, rein in den Widerstand. Hier oben, mustergültiger Abprall. So, heißt jetzt nicht, dass wir runterlaufen müssen, da unten hin, sondern wir können einfach hier ein gutes Stück weit korrigieren. Und wir sind jetzt hier halt da, dass wir noch einiges am Potenzial haben. Also, wieso das Ganze nicht zum Trade nutzen, zumal die Indizes weltweit ja gestern auch ein ganzes Stück in die Knie gegangen ist. Und wenn sich dieses Systematik heute noch ein Stück weit fortsetzt, vielleicht zum Wochenausklang, dann haben wir hier doch ein paar Chancen auf der Unterseite. Mit Blick nach oben muss man natürlich auch sagen, wenn sich das Ganze in Wohlgefallen auflöst und gar nicht erst stattfindet, sondern der Markt direkt wieder rumdreht, dann müssen wir halt schauen hier auf die Marke von ungefähr 7.220 Punkten. Und das war hier dieser Bereich des Bruchlevels, wo der Markt unter diesem Widerstand beziehungsweise unter die Unterstützung hier gebrochen ist. Das kann natürlich auch gut und gerne ausgelöst werden. Da müssen wir einfach mal sehen, wie sich hier entsprechend die Trends verhalten. Und bei den Trends im Verhalten, habe ich ja gesagt, hier in diesem Sinne, wenn ich mir den Tagesschat hier anschaue und auch die Verordnung, das Umkehrmuster, das hat man gut in der Stunde erkennen können, was hier oben passiert ist. Schaut euch das mal hier an. Wir hatten hier oben wirklich die Situation, dass wir hier, ich sage ich mal, Tiefpunkte hatten, die eher dazu geneigt waren, nach unten zu laufen. Und hier oben hochs, die nicht unbedingt dazu geneigt waren, ich sage ich mal, starke bullische Tendenzen mit reinzubringen. Das heißt, hier oben hat man schon gesehen, hier wird es jetzt langsam, aber sicher ein bisschen eng, die Luftdünne. Und dann hat es halt wirklich geknallt. Und dann hatten wir hier diesen großen, großen Schub nach unten. Hier dieser Schub nach unten, der war jetzt da. Dann haben wir hier etwas an Korrektur gesehen. Und jetzt kommt es halt wirklich darauf an, wie es hier weitergeht. Wenn es jetzt weiter nach unten schiebt, dann haben wir hier nicht nur den Bruch, dieses Aufwärtstrends, den wir hier vorher gehabt haben, von diesem Schub nach oben, sondern faktisch haben wir hier einen Abwärtstrend, der hier da war. Hier oben will ich nochmal ganz kurz anzeichnen. Wir hatten ja hier die Bewegung, die Korrektur nach unten. Und hier aus reiner technischer Sicht, bitte ich das zu betrachten, noch einmal die Situation eines leicht höheren Hochs. Das heißt, hier war das Korrekturtief, das ist mit dieser Bewegung rausgenommen worden. Das heißt, dieser Aufwärtstrend ist erst einmal zu Ende. Und wenn sich jetzt hier an dieser Stelle tatsächlich ein Abwärtstrend bilden sollte, der hätte dann das Potenzial, möglicherweise nach unten zu laufen. Wir müssen hier einfach nur abwarten, was der Markt macht, geduldig sein. Und dann ist an dieser Stelle wirklich auch gut, um das Ganze hier im Portfolio abzubilden, mit der Chance auf einen Stückelweg nach unten. Das muss man dann natürlich immer vom eigenen Chance-Risiko-Verhältnis abmachen. Also dieses Beispiel hier ist auch eine gute Geschichte für das, was ich nachher noch im edukativen Teil heute hier mit auf der Uhr habe. So, gehen wir dann zum nächsten. Und zwar, was haben wir hier? Euro, Austral, Dollar. Jetzt muss ich nochmal ganz kurz gucken, in welchem Fenster ich das gemacht habe. Euro, Austral, Dollar. Ich weiß, ich habe es im Tag vorbereitet. Ja, gut, wir können das Fenster nehmen hier. Sehr schön. Da ist das zu sehen, was wir sehen sollen. Steffen, einen schönen guten Morgen. Ja, was sehen wir hier? Wir sehen hier den Austral, Dollar im Euro. Also Euro, Austral, Dollar sozusagen. Hier mal auf der Tagesbasis. Was haben wir hier? Schön, ich habe mal das letzte Stückchen des Abwärtsschwungs eingezeichnet. Hier oben der Bereich um die Marke von 1,60,2. Da oben ein Widerstandslevel. Nummer 1. Nummer 2 gestern erste Anzeichen einer möglichen Umkehr. Ja, Punkt. Mehr brauche ich dazu nicht sagen. Das heißt, hier gab dann nochmal den Spike nach oben. Das macht die Währung ja sehr, sehr gerne. Ich sage nur hier. Voll die Verarsche. Voll oben reingelaufen, um danach ordentlich nach unten zu drehen. Ja, that's life. Das passiert hier immer wieder. Aber aus Trendsicht. Wir sind jetzt hier oben reingelaufen. Hier kommt jetzt Schwäche rein. Hier kommt es jetzt darauf an, was passiert. Dreht der Markt hier im untergeordneten Aufwärtstrand wieder um. Dann haben wir die Chancen, weiter nach oben zu laufen. Und zwar hier oben rein. Hier, da oben hin. Das ist jetzt das Ziel, wenn man sagt, okay, man sucht nach Punkten im Chart, die markant sind, wo möglicherweise Anlaufpunkte da sind. Das wäre es hier oben. Also grob über den Daumen die 1,61,5,3,2 nach oben hin anzulaufen. Nach unten hin. Bitte Blick auf markante Punkte. Im Stundenchart kann man das sehr, sehr schön machen. Oder aber auch für die kurzfristigen Trader, die wissen das, was sind markante Punkte oder wichtige Punkte. Das ist das aktuelle Tagestief hier an dieser Stelle. Beziehungsweise das Vortagestief für kurzfristige Trades kann das sehr, sehr gut und sehr, sehr gern genutzt werden. Heißt ja an dieser Stelle 1,49, 1,49, 1,59. Jetzt haben wir es. 5 und hier unten die 1,59,2. Das sind die Tagestiefs, die hier liegen. Läuft das Ganze dann wieder in Richtung dieses Trends hier, der hier abwärts geht, dann haben wir natürlich auch das Potenzial, die Marke unten bei 1,57,2 beziehungsweise wenn es darunter zur Trendfortsetzung kommen sollte, hier der nächste Punkt bei 1,56,7,4,3. Das die Marken auf der Anlaufseite nach unten hin. Und das ganze Bild, das schauen wir uns gerne auch nochmal an. Ich habe da gestern Abend schon die erste Order ins System gelegt. Auch das ein gutes Beispiel, wie man Trades, Misstrades verhindern kann hier im Euro Austral. Wir gucken uns mal ganz kurz den Stundenchart auch an an dieser Stelle. Was haben wir gestern Abend gehabt? Wir haben gestern Abend hier die Situation gehabt. Schaut euch das mal an. Wir hatten hier in diesem Sinne oder in diesem Maßstab die trendige Sache nach oben. Schön auch mit einem massiven Schub hier zur Oberseite hin. Das ist sehr, sehr schön trendig gelaufen. Und was ist dann gestern Abend passiert? Ich denke, jetzt ist es schon für jeden sichtbar. Wir hatten hier den Bruch des Schubes nach oben. Und das in der Verortung mit diesem Widerstand hier gibt halt gut und gerne das Bild, wo ich sagen kann, okay, interessant zu sehen, spannend, was hier wird. Da kann man doch mal eine kleine Position wagen. Was ich hier gemacht habe und wie ich es gemacht habe, darauf gehe ich nachher ein. Aber wir sehen, wir hatten hier die erste Tendenz, dass dieser Markt nicht mehr wahrscheinlich einfach so schmackesmäßig nach oben laufen wird, wie er das hier uns im Tagesschat gezeichnet hat. Also einfach hier schnurstracks unten die Richtung gewechselt hat und dann mit voller Pulle nach oben gelaufen ist, in den Widerstand rein. Das schaut momentan im Stundenschatten klein wenig angeschlagen aus. Es ging dann wieder nach oben. Jetzt haben wir hier den Aufwärtstrend. Das heißt, diejenigen, die sagen, gut, ich will jetzt mal in Richtung dieses Aufwärtstrends hier traden, so what, das ist gut und gerne machbar. Dann einfach aus den kleinsten Zeiteinheiten, das heißt beispielsweise hier aus den 5 Minuten, die Trendumkehr abwarten. Das kann ich auch mal wieder zeigen. Das haben wir ja hier unten schön gesehen. Kleiner Zoom hier rein. Wir hatten hier also den Aufwärtsschub, hier die Korrektur und hier hat sich dann der Aufwärtstrend wieder gebildet in den 5 Minuten. Das kann man gut und gerne dazu nehmen einzusteigen. Das gleiche Spiel quasi hier, wenn wir hier in den 5 Minuten wieder den Aufwärtstrend bekommen, dann läuft das ganze Spiel wieder in die Stunde rein und zwar in diesen Aufwärtstrend, den wir hier laufen haben. Und dann kann man gut und gerne noch ein Stück weit nach oben mitnehmen. Vielleicht läuft der Markt auch brutal weiter nach oben, dann kann da viel mehr draus werden. Also hier wird uns auch der Markt ganz genau zeigen, was los ist. Ob wir eher auf der Long-Seite oder eher auf der Short-Seite unterwegs sein wollen, sollen, dürfen. Wie auch immer, auf alle Fälle sehr interessant aus meinen Augen, was man hier sieht. Spannende Geschichte auch hier zum Wochenende hin. So und dann schauen wir noch auf den Austral-Dollar, US-Dollar. So jetzt muss ich hier kurz, den habe ich glaube ich hier gemacht. Manchmal mache ich die Chart-Zeichnung in verschiedenen Fenstern. Wenn die Währungen gleich sind, dann überschneiden sich sonst die Zeichnungen. Das ist optisch dann etwas unschön. So jetzt hier das Währungspaar Austral-Dollar, US-Dollar. Auch hier muss ich sagen, spannend zu sehen, was passiert ist in Bezug auf diesen Trend, den wir hier liegen haben. Wir haben hier vorliegen eine ganz, ganz, ganz tiefe Korrektur. Wir haben hier unten dieses Unterstützungsband um die Marke von 0,70758. Und wir wissen ja vom Euro-Austral-Dollar, dass der Austral-Dollar gerne auch mal ein paar hessische Spikes macht. Hier ist in diesem Sinne einer tiefen Korrektur noch alles offen. Obwohl man technisch sagen muss, wir sind hier unter dieses Tief gefallen. Das heißt, dieser Aufwärtstrend ist rein technisch erst einmal negiert. Aber wir wissen ja selbst, nur weil der Markt das Ding gebrochen hat, gibt es immer noch keinen neuen Abwärtstrend. Haben wir ja gerade im Euro-Austral-Dollar gesehen. Heißt also hier, unbedingt den Blick reinwerfen. Für die kurzfristigen Trades ist das nämlich sehr, sehr interessant. Es könnte, wenn es einen Abprall gibt, den Weg Richtung oben diese 0,72951 geben. Da liegt hier dann einiges an Potenzial abzuholen. Oder aber, es gibt hier nach diesem leichten Bruch nur eine Gegenbewegung und dann dreht der Markt runter. Dann haben wir natürlich megamäßig Potenzial zur Unterseite hin. Die Tür ist dann offen. Hier haben wir ein Tagestief stehen, um die Marke von, ich zeige es mal ganz kurz mit einem Preisschildchen hier unten, irgendwo um die Marke von 0,70. Und dann der Weg hier runter in dieses Spike-Gebilde hinein auf die 0,67247. Da war das tief. Da ist also nach unten hin einiges an Potenzial da, wo wir durchaus gut und gerne ein ganz schönes Stückchen Schub nach unten hier mit sehen können. Also hier an dieser Stelle auch sehr, sehr spannend und interessant, was passiert. Mal sehen, wo uns der Markt hier hinführt. Der Stundentrend hilft uns hier ein bisschen, um zu erkennen, wann das Ganze, sage ich mal, abflaut. Wie schon gesagt, momentan haben wir da noch keine Anzeichen. Wir hatten den Bruch unten raus. Das mache ich mal hier in der Stunde kurz etwas kleiner. Also hier sind wir definitiv drunter gelaufen. Und hier kommt es jetzt halt wirklich darauf an, läuft dieser Schub noch weiter nach unten oder gibt es erstmal einen Rebound. Erfahrungsgemäß ist ein Rebound gar nicht so selten, weil wir halt schon ein ganzes Stückchen Strecke gemacht haben. Und irgendwann geht den Käufern halt die Puste aus. Das heißt, wir haben jetzt hier an den wichtigen Marken alles abgefrühstückt. Wo hätten Order stehen können, Verkaufsorders. Und die Ansatzpunkte hatte ich ja schon häufig besprochen, wo bei Trendhändlern die entsprechenden Absicherungsorders liegen. Die sind jetzt weg. Wenn jetzt hier nichts weiter kommt, mit Blick auch in die Stunde, in den Kleinstzahlen, da ist erstmal ein ganzes Stückchen wenig zu sehen. Da müssen wir natürlich gucken, was passiert. Kommt es hier zur Korrektur und dann wieder in den Schub Richtung des Stundentrends ist hier das Feld für das kurzfristige Trading selbstredend auch immer offen. Wir laufen ja jetzt momentan schließlich auch an eine interessante Marke ran. Hier dieses kleine leichte Bruchlevel. Wie schon gesagt, das ist alles in den kleinsten Zeiteinheiten hier. Bitte das nicht zu groß, zu stark bewerten. Aber wir haben da eine Marke, wo der Markt durchaus rumdrehen könnte. Wir schauen einfach, was passiert. Allerdings auch hier im Austral-Dollar, US-Dollar ein Markt mit gut Bewegungspotenzial in beide Richtungen. Und das ist ja genau das, was wir Händler an diesen Tagen auch immer zum Traden brauchen. So, jetzt gucke ich mal in den Chat rein. Ich habe das Währungspaar gefragt bekommen. Britischer Fund, US-Dollar. Also hier im Cable. Da gucken wir selbstverständlich rein. Das mache ich sehr, sehr, sehr gerne hier unten. Jetzt muss ich mal gucken. Ich glaube, ich hatte hier noch einen sauberen Chart. Muss ich mal kurz schauen. Da war es auch nicht. Ansonsten fangen wir einfach nochmal an, den Chart hier zu zeichnen. Gut, hier ist er relativ sauber. Gucken wir mal hier eben in den Chart hinein. Ich hatte ja vor kurzem das Cable auch besprochen. Gestern hier die Kerze, die wir hier sehen. Das ist definitiv eine Unsicherheitskerze. Das kann man nicht anders bezeichnen. Warum? Wir hatten den Spike nach unten. Wir hatten den Spike nach oben. Und die Kerze, naja, es ist eine Kerze mit leicht steigenden Avancen. Aber wenn wir uns das Bild mal im Stundentrend anschauen, da sehen wir einfach, was das hier für ein Hickhack an dieser Stelle ist. Wir haben hier unten den Bruch des Trends dadurch gesehen. Jetzt laufen wir gegen. Es ist weder Fleisch noch Fisch. Ich zeichne das mal ganz kurz ein hier im Stundentrend. Wenn wir uns mal das letzte Stück vom Stundentrend anschauen, dann haben wir hier die letzte Korrektur gesehen. Die letzte Bewegung gesehen. Hier sind wir oben drüber gelaufen. Wir sind hier über das Korrekturhoch drüber gelaufen. Haben also von der rein technischen Geschichte diesen nach unten laufenden Abwärtstrend erst einmal rausgenommen. Aber es gibt hier auch an dieser Stelle noch keinen neuen Aufwärtstrend in der kleinen Zeiteinheit. Also momentan auch noch überhaupt keine Anzeichen dafür, dass wir hier mit Blick in den Tagesschart möglicherweise vor einem Umschwung stehen. Vor einem Umschwung in welchem Kontext. Das ist auch natürlich ganz, ganz wichtig. Wer sich solche Schwünge hier raussucht, beispielsweise auch hier mal eben die Einzeichnung. Dieser Chart ist momentan ein bisschen hässlich. Aber wenn man sich mal hier zum Beispiel ein Stückchen Aufwärtsbewegung anschaut, dann hier gab es die Korrektur. Hier hatten wir einen Punkt, der schon eine Relevanz hat hier unten, weil hier einige Male die Kerzen aufgestoßen sind. Also das heißt, wir haben hier im Feld sozusagen ein Unterstützungslevel um diese Marke hier. Ich klemme da einfach mal das Preisschüttchen dran, so grob über den Daumen. 1,28,3. Der Markt lief hier runter, hat das Ganze gebrochen, aber wir haben noch keine Aufwärtsdynamik. Das heißt, wir sehen zwar hier den Bewegungstrend in der Stunde. Das heißt, wir haben jetzt hier die erste Bewegung gehabt in der Abwärtsrichtung. Das muss ich mal etwas anders farbig gestalten, damit wir es besser sehen können. Und dann hatten wir die Gegenbewegung davon. Das heißt, an dieser Stelle die korrektive Phase. Und danach gab es diesen starken Schub nach unten. Und diesen Schub nach unten, da sehen wir ja jetzt keinen Trendverlauf. Den Trendverlauf sehen wir schön in der Stunde. Und da habe ich ja gerade eingezeichnet, was hier gestern passiert ist. Und was wir jetzt brauchen, damit wir aus dieser weder Fleisch- noch Fisch-Situation wieder rauskommen, zumindest wenn wir mit einer bestätigten Situation arbeiten möchten, ist es, dass wir eine Umkehr im Trend auf Stundenbasis sehen. Das heißt, was wir brauchen mit Blick in die Stunde hinein, ist sozusagen hier einen Schub nach oben. Den haben wir jetzt gehabt. Ich zeichne das mal hier so ein, dass wir das nachher auch als andere Trendzeit erkennen können. Dann nehme ich gerne die Magenta-Farbe. Auch das hier für diejenigen, die schauen, was ich arbeite. Die Magenta-Farbe, die benutze ich immer gerne, um die untergeordneten Zeiteinheiten zu beleuchten. Das heißt, was wir hier an dieser Stelle brauchen, ist, wir brauchen definitiv den Aufwärtstrend in der Stunde. Dann schaut das Bild hier auf Tagesbasis, zumindest was eine bestätigte Umkehr ist, schon mal deutlich besser aus. Und dann haben wir Potenzial zur Oberseite hin. Momentan ist da nichts Bestätigtes. Was sich hier natürlich immer anbildet, ist der unscharfe Einstieg innerhalb, sag ich mal, von diesem Großen hier. Aber wir müssen einfach wissen, wir sind hier in der Korrektur. Dieser Arm ist tief korrigiert mit einem Abwärtstrend. Also, Sie sehen schon, hier gibt es so viel hin und her, so viele diverse Möglichkeiten. Ich will jetzt keinen vom Traden abhalten. Ich möchte nur an dieser Stelle sagen, ich persönlich warte in solchen Situationen immer ab, bis ich eine ordentliche Umkehrformation sehe. Und dann kann ich auch agieren. Früher mache ich nichts. Das ist das Gleiche, was ich im Euro-Austral-Dollar gestern gesagt habe. Erst abwarten, bis was da ist, dann können wir agieren. Das sprechen wir aber gleich auch durch an dieser Stelle. Gut, ich hoffe, es hat etwas an Informationen gebracht, dass wir mal drüber geschaut haben. Georg, guten Morgen über das britische Fund US-Dollar. Und ich würde sagen, wenn es da keine weiteren Fragen zu gibt. Ich hoffe, Hans, das hat sowas gepasst. Jawohl, danke, gerne. Dann machen wir einfach hier weiter im Text. Und zwar mit den Handelsnachrichten für die nächste Woche. Das heißt mal hier an dieser Stelle die wichtigsten Daten für die kommende Woche. Der Montag steht ein bisschen im Zeichen von Großbritannien. Das heißt, wir bekommen hier Informationen zum Bruttoinlandsprodukt, zur Produktion des verarbeitenden Gewerbes. Das sind wichtige Sachen, die wir aus Großbritannien bekommen, wo wir einfach auch sehen können, wie entwickelt sich denn die Wirtschaft. Am Dienstag gibt es aus den USA das Thema der öffentlichen Stellen, hier die JOLZ-Stellenangebote, auch wichtig für die Entwicklung am Arbeitsmarkt in den USA. Wie schon gesagt, das sind nur die wichtigsten Fakten. Am Mittwoch gibt es aus Großbritannien die Verbraucherpreisindex, also hier Thema Inflation. Die vorherige Inflation, wir sehen es hier, die lag bei 2%. Mal schauen, wie sich das entwickelt. Aus den USA bekommen wir dann am Mittwoch die Baugenehmigung, den Verbraucherpreisindex und natürlich wie jede Woche Mittwoch die Rohöl-Lagerbestände. Und am Donnerstag bekommen wir dann Nachrichten aus Europa, nämlich hier das Bruttoinlandsprodukt in Deutschland. Aus den USA gibt es dann Einzelhandelsumsätze, Erzeugerpreise. Das am Donnerstag. Und am Freitag gibt es dann die Einzelhandelsumsätze aus Großbritannien. Also hier wieder eine pickebackevolle Woche mit wichtigen Wirtschaftsnachrichten aus Großbritannien, Deutschland und den USA. Die kleineren, also die Relevanzen 2 hier, die besprechen wir dann natürlich in jedem Handelsmorgen, weil wir das natürlich für die Vorbereitung des Marktes brauchen. Und an der Stelle bitte, bitte auch immer die Vorbereitung auch so gestalten, dass wir auch, wenn wir andere Währungspaare traden, beispielsweise wie heute den Australdollar, dass man da auch schaut, gibt es denn da von der Seite irgendwo Nachrichten, die die Kurse bewegen, weil das sollte man schon auf der Uhr entsprechend haben. Dafür hier die Vorschau für die kommende Woche, damit das jeder möglicherweise am Wochenende in die eigene Planung für die kommende Woche mit hineinnehmen kann. Gut, also das zu den großen, wichtigen Nachrichten. Und damit gehen wir dann in den nächsten Punkt rein, nämlich wir gucken mal, was die großen Indizes so getrieben haben. Ölpreis können wir uns auch mal angucken, da ist auch Interessantes geschehen. Der Markt ist ja da hochgelaufen, ein ganzes Stückchen und jetzt kommt er wieder deutlich nach unten. Ich würde sagen, wir starten einfach mal kurz mit dem WTI. Das WTI, wir hatten ja wichtigerweise besprochen, hier drüben diese Marke, dieses Level hier oben. Das ist ein Level, wo wir aus Sicht des Trends der Woche auch einen wichtigen Bereich hatten. Ich schaue das gleiche hier mal in der Woche an. Die Woche hatte hier den Zacken nach oben. Hier war dieses wichtige Unterstützungslevel, beziehungsweise Widerstandslevel, weil das war ein Korrekturhoch im Abwärtstrend. Abwärtstrend, da sind wir drüber gelaufen. Das heißt, der Tagestrend hat dieses Teil rausgenommen und das muss jetzt selbstverständlich erst einmal noch bestätigt werden. Oder wir sehen, dass es ein Fehlausbruch war und können dann uns nach unten wieder orientieren. Heißt, mit Blick in den WTI oder in das WTI, diese Marke hier, ich klemm da gleich mal noch ein Preisschildchen rein. Das müssten ungefähr, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, sein 54,40 oder sowas in diesem Bereich, was das hoch hier gewesen ist. Und das hier ist der Widerstand gewesen. Gut, jetzt ist er es wieder. Hier sehen wir schön den Schwung der Woche, des Tages. Ich zeichne das mal eben ganz kurz ein hier, dass wir das mal hoch bekommen. Also hier, naja, das gehört eigentlich da oben hin. Nicht wundern, das ist verschoben hier. Das passiert im Metaträder ab und zu mal, dass wir diese Dinge sehen. Also wir haben hier schön diesen nach oben laufenden Markt gehabt. Ich zeichne das hier mit Absicht auch ein, weil ich weiß, hier sind auch einige Leute aus meiner Ausbildungsreihe dabei. Um einfach mal die Sachen, die wir hier in der Ausbildung geübt oder besprochen haben, auch mal in der Praxis mit zu beleuchten. Also wir haben hier sehr, sehr schön diesen Aufwärtsschwung. Und in diesem Kontext sehen wir halt momentan einfach nur eine korrektive Phase. Das heißt, das, was wir jetzt hier sehen, ist das, was wir im Wochenchart hier. Das ist mal der Trend des Tages in die Woche hinein. Da ist momentan aus rein technischer Sicht wirklich alles noch komplett in Ordnung. Die Lage ändert sich erst dann, wenn wir hier unten unter dieses Tief drunter laufen, weil dann haben wir den Aufwärtstrend gebrochen. Bis wir da drunter laufen, ist hier noch nichts passiert. Das ist eine ganz klassische tiefe Korrektur, die wir dann da sehen, wenn der Markt wieder rumdreht. Haben wir Umkehrsignale. Das können wir dann schön nach oben traden. Und an dieser Stelle möchte ich gerne auch mal betonen, es ist hier bei Tickmill auch eine sehr, sehr feine Geschichte. Wir müssen hier keinen Future traden, sondern wir können wirklich einzelne Fässer Rohöl kaufen. Wir sehen das hier oben. Schaut mal, das ist der WTI-Preis momentan. Und hier die Positionsgröße. Das ist jetzt nicht ein Future-Kontrakt mit 1000 Fässern oder ein kleiner Future-Kontrakt mit 500 Fässern. Nein, das ist, wie es hier steht, ein Fass Öl. Das heißt, wer hier kauft, kauft eine Position für 50 Dollar. Das ist doch super dazu zu nutzen, um mit kleinen Positionen auch im Trading zurecht zu kommen, beziehungsweise sich nach oben zu skalieren und alles schön ans Portfolio mit anzupassen. Wunderbar. Ich freue mich, dass wir das hier bei Tickmill so schön auf diese Art und Weise auch regeln können. Das heißt hier, wenn es Umkehrsignale gibt, haben wir tiefe Korrektur hier. Der Stundentrend läuft nach unten. Wenn der Stundentrend wieder bricht, dann haben wir schön die Situation, dass der Markt hier nach oben läuft. Hier gucken wir uns das Ganze mal an. Das hier ist der Trend, der Stundentrend, der nach unten läuft. Das heißt hier an dieser Stelle erste Bewegung, erste Gegenbewegung. Dann gab es die Trendbildung. Ich zeichne das Ganze mal eben ein. Hier, das war die zweite oder die erste Korrektur. Dann hat sich der Trend gebildet. Dann lief es nochmal dagegen. Und jetzt haben wir hier momentan den Schub der Bewegung wieder nach unten gehabt. Und das Ganze wird jetzt korrigiert. Also hier, zack, zack, zack. Das ist schick der Trend gezeichnet. Mal kurz auf die Schnelle. Hier sehen wir jetzt korrektive Phase. Wenn das ganze Ding weiter nach unten läuft, dann sehen wir die Fortsetzung dieses Abwärtstrends. Wenn das Ganze dann aber irgendwann rumdrehen sollte, das heißt hier möglicherweise jetzt schon nach oben laufen sollte. Gut, das wäre etwas, was aus trendtechnischer Sicht etwas schwieriger zu traden wäre, weil dann hätten wir erst einmal nur einen untergeordneten Korrekturtrend. Aber wenn uns der Markt hier beispielsweise den Gefallen tun sollte, das ist jetzt Wunschmarkt, Mikey Wunsch. Das ist einfach, ich wünsche mir manchmal was. Manchmal passiert es auch genau das. Wenn wir das hier sehen, das wäre natürlich genial, weil dann könnten wir sagen, gut, jetzt haben wir hier ein relativ nahes Korrekturhoch. Hier wird es gebrochen. Und wenn wir dann den Spaß von unten dann kommen sehen nach oben hin und wir dann wieder in der Stunde einen Gegentrend sehen, dann haben wir hier selbstredend die Lage, dass die Stunde wieder in Richtung des Tages läuft. Und das ist natürlich genau das, was wir hier an dieser Stelle brauchen. Gut, wir sehen es jetzt hier nicht, aber das ist der Aufwärtstrend in der Stunde, der dann in Richtung des Aufwärtstrends des Tages läuft. Das ist dann das Umkehrmuster. Also möglicherweise kommt das heute schon, wir werden es sehen, wenn ja, dann wird das definitiv Montag auch eine Handelsidee, weil dieses Thema habe ich absolut mit auf der Uhr. Das also hier zum WTI. Schauen wir in das nächste Währungspaar. Olaf, auch dir ein schönes Wochenende. Ne, wir gucken jetzt nicht in den Währungspaar, wir gucken jetzt hier in den Index. Und zwar schauen wir uns jetzt mal den DAX an. So, DAX brauchen wir im Tagesbasis. Ich gucke mal ganz kurz, ob ich noch den DAX vom letzten Trade habe. Jo, klar haben wir, dann nehmen wir gleich den, weil da sind nämlich die wichtigen Marken drin. Und hier, hier sehen wir was. Jo, da sehen wir mal, dass sich in manchen Situationen der Markt einfach an überhaupt gar nichts hält. Also guckt euch das mal an. Wir haben hier schön den grünen Aufwärtstrend gehabt. Alles total schicki, wunderbar. Wir hatten hier an dieser Stelle dieses Tief, also diesen Tiefpunkt hier. Ich ziehe mal ganz kurz eine Linie dran. Das rein trendtechnische Tief, das war dem Markt gestern sowas von schluppe. Da ist der einfach durchgelaufen, hat es gebrochen. Jetzt laufen wir hier nach unten. Ich sehe gerade auch unsere Handelsidee im, wo haben wir es gewesen, im britischen Index. Die läuft auch gerade weiter, wieder schön weiter, beziehungsweise deutlich an. Das sind natürlich Dinge, die wir hier brauchen. Also, was sehen wir hier an der Stelle? Natürlich hervorragenderweise den Markt hier nach unten laufen. Das ist ein klares Zeichen. Und jetzt müssen wir ein bisschen Obacht geben, was hier passiert. Das heißt, wenn wir das jetzt brechen, haben wir hier unten die psychologisch wichtige Marke momentan, an der wir notieren bei 11.000 Punkten. Guckt euch das mal an. Die Marke ist jetzt der Bereich, wo wir gerade laufen. Wenn das ganze Ding rausgenommen wird, dann läuft der Markt wieder drunter. Wir sind ja aktuell schon wieder drunter. Wenn wir da bleiben, das ist ein Zeichen. Warum ist das ein Zeichen? Da müssen wir einfach nochmal in die Woche reinschauen. Wenn wir uns das mal anschauen. Ich hatte ja in der letzten Woche gesagt, wenn sich das Ganze hier fortsetzt und wir dann hier oben ranlaufen an die wichtige Marke bei ungefähr 11.500 bis 11.700 in diesem Bereich rein, dann kann man hier von Entspannung treffen. Was wir jetzt hier sehen, ist erst einmal eine ziemlich deutliche Gegenreaktion. Die kann sich in Wohlgefallen auflösen. Das ist dann mittelfristig zu betrachten. Das heißt, was jetzt hier passieren könnte ist, oder das, was wir hier sehen, ist, dass wir hier sozusagen von diesem Schub nach unten, ich mache das mal kurz etwas sauber hier, beziehungsweise etwas rot und etwas dick, damit jeder sehen kann, was ich damit meine. Das sind die Kerzenfarben. Jetzt erst einmal relativ egal. Was ich damit meine, ist folgendes. Wir hatten hier, ich mache mal das letzte Stückchen ein. Das hier, das war diese etwas unschöne, sage ich mal, Phase mit diesem kleinen Spike nach unten. Aber nichtsdestotrotz, wir hatten aus Trendsicht den Weg nach unten. Wir hatten dann ein bisschen was nach oben. Dann ging es nochmal bis hierhin. Da war dann tatsächlich der Bruch, also aus technischer Geschichte. Deswegen ist dieses Level hier auch wichtig. Das heißt, technisch sind wir da tatsächlich auch drunter gelaufen. Wenn, wer das etwas grober sehen will, der sagt sich einfach, okay, das Ding hier ist der Durchlauf. Es kommt halt immer darauf an, welchen Kontext man sieht. Das ist halt untergeordnet geschwungen, der Bewegungstrend auf Tagesbasis. Und das ist der Punkt, wo ich sage, da ist diese Marke um die 11.5 bis 11.7 ein sehr, sehr wichtiger Bereich. Und das, was wir jetzt hier sehen, ist einfach in diesem Kontext die Gegenbewegung. Also egal, ob man das jetzt, sage ich mal, diesen Zacken hier noch mitnimmt nach unten oder aber, ob man dieses Große nimmt. Es ändert am Gesamtbild momentan überhaupt nichts. Da kann man hin und her sprechen, was man jetzt als wichtige Faktor nimmt. Aber am Ende, das Kontextbild ändert sich an dieser Stelle nicht. Heißt also, wir haben jetzt hier die Gegenbewegung gehabt. Das ist der Trend auf Tagesbasis gewesen, den wir hier sehen. Ich hoffe, man kann das gut erkennen. Ich mache das mal kurz etwas größer. Das ist also der Trend auf Tagesbasis gewesen. Und jetzt dreht das Teil um. Und wenn das rumdreht, haben wir natürlich jetzt hier an dieser Stelle selbstredend die Möglichkeit, dass wir hier entweder den Trend fortsetzen, die wirtschaftlichen Rahmendaten sprechen nicht unbedingt dafür, oder aber, dass wir etwas sehen, wie hier nach unten ein höheres Tief gestalten, das musste ja irgendwann mal kommen, und dann nach oben laufen. Das ist natürlich dann auch die schöne Seite. Aber wir müssen jetzt erst einmal sozusagen, was soll ich sagen, ja, Andreas Scherbenhaufen im DAX genau, aber damit können wir doch arbeiten. Das sind doch Geschenke, die wir bekommen. Da können wir wirklich schöne Situationen rausziehen und damit arbeiten. Ich halte euch hier damit auch wirklich auf dem Laufenden, dass das Ganze auch vom Nervengerüst cool bleiben kann. Also ich sehe das Ganze megamäßig entspannt. Aber wie schon gesagt, das ist das, was hier jetzt kommen kann. Das Bild, was wir als reine Planung in irgendeiner Art und Weise auf der Uhr haben müssen. Ja, und daraus können wir dann den Einstieg planen, den Wiedereinstieg. Das heißt, jetzt beleuchten wir einfach mal diesen Kontext. Vorher hat es gereicht, den Wochenkontext zu beleuchten. Das hier, diesen schönen Aufwärtstrend, weil da konnte man von unten schön was mitnehmen. Jetzt sind wir aber ein ganzes Stück weit reingelaufen und jetzt sehen wir hier an dieser Stelle, jawohl, jetzt gibt es halt mal ein bisschen was an Korrekturen. Wir hatten ja hier diesen Trend nach unten laufen auf Tagesbasis. Der ist rausgenommen worden. Das hat uns positiv gestimmt. Da konnten wir schön die Party ein Stück weit nach oben mitgehen. Denn jetzt dreht es halt rum. Ja, lassen es drehen. Wenn es wieder rumdreht in die andere Richtung, wissen wir Bescheid. Es geht nach oben oder aber wir traden dann halt nach unten. Das warten wir einfach ab. Das ist die Tugend als Trader. Wir müssen einfach manchmal abwarten. Ich mache das auch so, wenn ich keine Handelslage sehe, lasse ich es einfach bleiben an dieser Stelle. Also das hier aus meinem Blick in den DAX, was hier auf uns warten kann. Wie schon gesagt, das ist erst einmal ein Zeichen, ob wir jetzt weiter nach unten laufen oder der Markt hier nur kurz nach unten gespiked ist und wir dann wieder den Aufwärtstrend nach oben sehen, müssen wir einfach mal abwarten. Wir können uns jetzt hier, ähm, sag mal, ganz in aller, aller Ruhe auf das Ganze begeben. Und wir haben jetzt hier in der Woche, ich zeige das nochmal ganz kurz im Chat, wir haben jetzt in der Woche eine definitive Umkehrkerze. Die ist da, von oben nach unten. Und wenn die bestätigt wird, dann zeigt uns der Markt hier nichts anderes als das, ja, laufen wir nach unten. Ist das ein Problem? Ne, für mich nicht. Warum? Ich habe jetzt hier sogar die Planung, weil ich kann doch jetzt sagen, wenn ich auf die Short-Seite gehe, kann ich doch sagen, okay, was brauche ich denn, um meine Position im Gewinn zu verkaufen? Ich brauche irgendjemanden, an dem ich meine Stücke verkaufen kann. So, gut, alles schick. Wo kann man so jemanden eventuell finden? Ja, wie wäre es denn mit Trendhändlern, die sich an solchen Stellen abdecken? Hier an dieser Stelle möglicherweise Händler, die mit Absicherungsorders im Markt liegen. Die werden hier getriggert. Da kann man sagen, wenn die dort verkaufen, weil sie ihre Position schließen müssen, danke, kann ich meine Position auch schließen. Super, da kann ich ran. Das kann ich doch wunderbar planen. Und da ist es halt eher der kurze Ansatz, den man hier braucht. Aber wichtig ist, dass der Chart uns was verrät. Und das tut er ja hier auf alle Fälle. So, gehen wir mal weg vom DAX in den US-Markt. Hier fangen wir mal mit dem S&P 500 an. Ein bisschen anders als im Chart sieht die Situation ja aus. Ja, wie immer, das ist, wie es ist. Was haben wir hier? Wir haben hier weiterhin schön den Aufwärtstrend am Laufen. Das mache ich jetzt allerdings mal wieder etwas dünner, sonst erkennen wir hier wirklich überhaupt nichts. An dieser Stelle heißt also hier das Ganze einfach mal gekehrt nach oben. Treppe rauf. Hier sind wir im Aufwärtstrend, der weiterhin läuft. Im übergeordneten Kontext allerdings auch wieder nur, wenn wir uns das Ganze mal auf der Woche anschauen, die Gegenbewegung. Aber nichtsdestotrotz, hier ist aus, sag ich mal, technischer Sicht in meiner Augen alles noch im absolut grünen Normbereich. Es ist jetzt nur eine Korrektur aus oder in diesem bestehenden Aufwärtstrend. So, das heißt, hier haben wir das Ganze am Laufen. Das hat sich oben auch schon angekündigt. Das heißt, diejenigen, die das im Kleinen traden wollen, die sich sagen, gut, dann machen wir jetzt einfach mal hier ein bisschen Trading in Richtung der Korrektur. Also Korrektur dieser Bewegung. Warum denn nicht? Ist doch wunderbar. Mit Blick auf den Trend der Woche ist hier, wie schon gesagt, alles in Ordnung. Alles noch im grünen Bereich. Es könnte jetzt hier, die Korrektur könnte ein bisschen ungemütlich werden. Ein wichtiger Fakt, den wir hier auf der Uhr haben müssen, ist und das ist halt das Potenzial, was dieser Trend auch hat. Wir haben hier das Tagestief von gestern und das Tagestief hier von, wann war denn das gewesen? Vom 31.01., wobei das hier in meinen Augen nicht zwangsweise die Bezeichnung Tagestief sein muss, sondern das ist einfach auch der Trendfall auf der Stunde, der hier hochgekommen ist, wo dann möglicherweise das Ganze nach unten beschleunigt werden können, wenn dort Verkäufe einsetzen. Das wäre hier auf der Unterseite zu planen. Mit Blick zur Oberseite, wenn das Ganze dann wieder festgelegt wird, nach oben hin, das heißt der Markt wieder nach oben rumdreht und wir hier oben über dieses Level drüber schieben, dann haben wir natürlich die Chance, in das große Widerstandsband der Woche hier oben reinzulaufen. Das haben wir dann da, die Positionen nach oben auch auszubauen. Aktuell, wie schon gesagt, ein bisschen was an Korrektur im Kontext eines Trends. Ganz normal, das ist das, was wir hier an dieser Stelle selbstredend auch erwarten können und immer als Händler auch erwarten sollten. Das läuft nicht immer nur strax in eine Richtung, sondern es gibt auch immer Korrekturen und je nachdem, welchen Zeit, Kontext man auch tradet, ob man das Ganze als Zwing tradet oder immer nur die Bewegungen und die Korrekturen sich rausschneiden möchte, da kann man natürlich ein schönes Stück von Kuchen sich abschneiden. Hier, also Korrektur im Aufwärtstrend, alles schick von der Warte her. Und die Umkehr haben wir hier auch gesehen. Gestern hier, wenn wir uns das Ganze mal anschauen, hier lief der Markt also schön nach oben. Hier in diesem Bereich hatten wir auch als technischer Sicht hier nochmal einen Peak nach oben. Hier kleines Korrektur-Tief, beziehungsweise aus diesem Schub die Korrektur. Das Ganze jetzt hier herangelaufen, unterbrochen. Das waren die ersten Abwärtstendenzen, wo ist ein Punkt, wo man sagen kann, hier ist ein wichtiges Korrektur-Level, beziehungsweise eine wichtige Marke, dass ein Trend auch gebrochen wird. Da haben wir halt Marken, hier hat man einen Support, der hat öfter gehalten. Den haben wir jetzt rausgenommen, dann nochmal korrigiert. Jetzt laufen wir wieder nach unten. Das sind dann halt die Marken, die man in der Korrektur sieht. Und dann suchen wir uns einfach die wichtigen Korrektur-Level raus. Und die haben wir hier an diesen Stellen selbstredend liegen. Und dann haben wir hier in diesem Bereich auch noch einiges. Also da ist Potenzial nach unten da, was definitiv ausgeschöpft werden kann. Wir werden sehen, wie weit es geht. Auf alle Fälle hier übergeordnet grün. Der Aufwärtstrend ist da, untergeordnet. Die Korrektur ist am Laufen und bietet Potenziale für die Unterseite. Das also hier zum US-Index. Dann schauen wir mal noch in den NASDAQ rein hier. Der technologielehrwertige Index. So, den Chart nehme ich erstmal nicht. Wir gehen mal in ein anderes Feld rein. Das möchte ich etwas sauberer haben. Hier sieht es etwas schöner aus, aber auch nicht traumhaft schön. Aber wir können damit auf alle Fälle erstmal arbeiten. Heißt also an dieser Stelle, ach nee, hier tickt der andere Index mit. Ich mache es sauber. Ohne hin und her. Neues Chartfenster. Zack, fertig, aus die Maus. Wir haben hier jetzt den Index der Technologie aus den USA. Was wir hier sehen, ist auch das Bild. Einen schön laufenden Aufwärtstrend, der hier weiter korrigiert. Hier hat man die Bewegung als Trend auch ersichtlich. Hier liegen wir auch momentan an einer wichtigen und interessanten Marke. Wenn wir uns das Ganze mal eben kurz im Stundenchart anschauen wollen. Diese Marke hier in diesem Bereich, wo wir momentan sind, das ist halt ein Supportbereich gewesen, den wir hier sehen. Hier hat der Markt eine ganze Weile in diesem Schwung, in dieser kleinen Korrektur nach oben hin verweilt, bevor er dann sich aufgemacht hat, hier einen neuen Aufwärtstrend zu bilden und dann schön nach oben zu schwingen. Hier liegen wir momentan, wenn das Level gebrochen wird, dann haben wir hier auch im Sinne der Korrektur etwas Potenzial zur Unterseite hin. Das ist ganz klar und wenig verborgen, auch ersichtlich, was da nach unten passieren kann hier im Tagesschat. Wie schon gesagt, die korrektive Phase, die wir da haben und das ist das, was wir hier sehen. Wir sehen den Aufwärtstrend hier sehr schön laufen. Wir sehen jetzt hier, dass die Korrektur angefangen hat, heißt also hier, das ist die letzte Bewegung gewesen. In der Bewegung sehen wir das Ganze auch trendig laufen. Wie schon gesagt, hier, das ist der wichtige Bereich und wenn man das unterschreitet, was hat man dann als Anlauflevel? Hier sehen wir in diesem Bereich erst einmal den Ausbruch auf Tagesbasis. Das kann gut und gerne angetastet werden. Mit Blick in den Trendverlauf hier haben wir dann selbstverständlich noch die Level hier um diesen Bereich liegen und dann selbstredend hier dieses Korrekturtief an dieser Stelle hier unten. Das ist die Potenziale für die Korrektur. Wenn es dann ganz schlimm wird, klar, dann können wir deutlich weiter nach unten laufen. Da müssen wir dann wieder den Blick in die Woche wagen und in der Woche haben wir hier halt auch diesen Bereich, wo wir sehen, dieser starke Abwärtsschub nach unten, der ist halt erst dann negiert, wenn wir hier oben über diese Marke rauslaufen. Das heißt, aus technischer Sicht, wenn wir hier oben über die knapp, was haben wir hier oben? Das Hoch bei knapp 7.000, ja, ein bisschen über 7.100 Punkte, da müssen wir drüber. Dann wuppen wir aus technischer Sicht hier im Abwärtstrend. Hier hatten wir sozusagen den Spike, also den Schub nach oben auf Wochenbasis. Dann gab es die korrektive Bewegung, die war da vorbei. Und dann haben wir hier den Schub wieder nach unten gesehen. Hier, zack, da das Tief. Dann wieder die Bewegung nach oben, beziehungsweise die Korrektur nach oben, die wir in der Woche oder im Tag als Trend gesehen haben. Und dann den Schub nochmal nach unten. Das ist der Kontext, den wir hier brauchen. Und jetzt entscheidet der Markt halt selbst, was er macht, ob er wirklich hochläuft oder ob das hier, so wie wir es hier sehen, das ist aktuell, ich nenne das gerne Gravestone Candle, da ist der Markt einfach in ein Level reingelaufen und hat komplett abverkauft. Wenn das eine Wochenumkehrkerze wird, die dann Bestätigung findet, dann könnte es natürlich erstmal ein ganzes Stückchen weit nach unten gehen. Aber nichtsdestotrotz, im kurzfristigen Bereich kann man das gut zum Traden benutzen. Im mittelfristigen Bereich bietet das natürlich Chancen dann hier auf ein solches Bild, worauf wir warten können, möglicherweise mit dem Schub eines höheren Tiefs und dann nach oben. Also hier auch aus aktueller Sicht für aktive Trader eine Situation, die sich durchaus mit lohnen kann. Das also auf Grundlage der aktuellen Situation hier mit Blick in den Nasdaq. So, damit würde ich gerne die große Index-Schau beanteln. Bei allen, denn WTI haben wir uns auch angeschaut, jetzt nehme ich mal einen Schluck aus dem Wasserglas und danach machen wir mit dem edukativen Teil fertig. Bleiben Sie bitte dran, ich mache jetzt hier nur einen technischen Bruch in der Aufzeichnung, wie immer, das Video läuft weiter, aber für die Aufzeichnung unterbreche ich das Ganze kurz und lege dann mit dem nächsten Thema los, wo wir dann hier über das Thema wie reduziere ich Fehlausbrüche und Misstraits sprechen werden.